Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill und ja, ich freue mich total. Wir haben einen neuen Auftrag sozusagen. Wir sollen nicht nur irgendwie durch die Kanalisation, um irgendwie zum See zu kommen, wo ja die Straße versperrt ist. Ja, wir sind ja auch immer noch in der Parallelwelt, also von daher frage ich mich jetzt gerade, was uns blümt. Kommen jetzt hier wieder tausend Viecher auf uns zugelaufen, oder was? Ach du Scheiße. Ja, die Musik ist ja schon mal vielversprechend. Oh Gott. Ich will nicht. Hallo? Hallo? Ich nehme mal hier mein Ding. So. Boah, die Mucke ist schon alleine, ey. Ja, links, rechts, alles ist gesperrt, das ist toll. Dann werde ich auf das Dach gehen. Was auch sonst. Ähm, Kameradrehen wäre super. Ich kann anscheinend auch nur da lang. Ja, sehr schön. Kriege ich hier eigentlich auch nochmal Muni oder so, weil, ähm, ja. Geil. Echt geil. Ja, ne riesige Motte. Äh, ähm. Ne riesige Motte. Und ich glaube, ich habe doch kaum mehr Muni. Leute, wie soll ich das denn schaffen? Ja, haben wir denn hier irgendwie was? Nö, haben wir hier noch was? Nö, haben wir hier noch was? Alles klar. Pistole halt. Lass mich in Ruhe. Ha, ha. Okay. Hat super geklappt. Jetzt habe ich gar keine Muni mehr. Wie sieht Gesundheit... Och, geht sogar noch. Das geht ja. Äh, hallo, ich habe die doch ausgerüstet, dachte ich. Jetzt habe ich sie ausgerüstet. Ja, dann hau mal drauf. Ja, wir werden jetzt ein bisschen was einstecken müssen. Schön, dass der andere eher darf. Hm. Oh, das sieht gut aus. Habe ich die riesige Motte geklappt? Oder ist sie tot? Ey, wir haben null Munition mehr, ganz ehrlich. Das ist schlimm. Aber immerhin, wir haben die Motte getötet. Ja, wir haben eine Motte getötet. Und jetzt? Was war das jetzt zur Hölle nochmal hier? Toll, da klemmt ein Schloss. Super. Super. Nix los hier. Aber anscheinend sind wir wieder in der normalen Welt. Ja. Normale Welt. Hm. Ich gucke hier immer in die Ecken in der Hoffnung, ich finde irgendwas, aber irgendwie tue ich es nie. Kannst du da an den Dings da, Schrank da, was auch immer das ist hier? Nö, ne? Geht da einfach in diese Ecke nicht rein. Ja, ähm, sieht schlecht aus mit uns, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie wir das überleben sollen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, hm. Ich finde es ein bisschen unfair, äh, so von der Knappheit im Moment. Gut, ich, ähm, kann natürlich auch ganz viel vor den Monstern nur weglaufen, ist klar. Aber auf der anderen Seite, wenn diese Flugmonster hinter einem her liefen, dann bleibt einem ja auch nichts anderes übrig. Von daher, hm. So, ähm, das Alchemilla Hospital ist ja immer noch eingekreiselt. Wir sollten jetzt in die Kanalisation, wie ging es denn da nochmal hin? Ich habe keine Ahnung gerade. Wo musste ich dafür nochmal hin? Was hatte sie da erwähnt? Äh, ich weiß es gerade nicht. Was ist denn, wenn ich jetzt hier zur Schule zurücklaufe? Weil mich wundert, dass das immer noch eingekreist ist. Ist die Lisa dann noch da, oder wie, oder was? Ist ja mal komisch, dass er hier noch wieder reingeht. Passiert jetzt irgendwas, oder? Nö, wir sind einfach nur wieder in der Schule. Äh, im Krankenhaus. Aber es bedeutet nichts, oder wie? Immer wieder gehe ich hier hin. Ja, jetzt kommen wir an die Rezeption, ne? Nee, jetzt kommen wir gar nicht hier ran. Ich will ja gar nicht hier jetzt wieder durch die Schule laufen. Will ich ja gar nicht. Ach, ja, ach, ja, ach, ja. Es ist, es ist halt Silent Hill. Es ist merkwürdig. Es bleibt merkwürdig. Tja, normalerweise sitzt sie ja hier, aber wir sind ja jetzt wieder woanders. und überhaupt und, ja, bringt einem nicht viel, nehme ich mal an. Das bringt auch nicht viel. Obwohl, ähm, Moment, sollen wir jetzt hier durch die Schule in die Kanalisation kommen? Dann, äh, müssen wir natürlich hier doch lachen. Kann das sein? Ist das das, was wir wollen? Und hatte sie uns jetzt wieder irgendwie einen Schlüssel gegeben und ich weiß davon gerade nichts? Boah, das wäre richtig scheiße. Ähm, das wäre richtig, richtig blöd. Ja. Hat sie aber nicht, oder? Ich bin nicht so hohl und hab jetzt wieder irgendwas vergessen, oder? Dann dreh dich mal um. Denn wir müssen dann hier langlaufen. Äh, ja, ja. Richtig den Gang runter, genau. Können wir denn, wir können ja auch einfach die Treppe nehmen, ne? Obwohl ist, der Fahrstuhl, der ging doch auch noch unten sogar, oder? Der Aufzug scheint nicht zu funktionieren. Wie, der funktioniert jetzt schon wieder nicht mehr, oder what? Äh, mhm. Da wir die Motte getötet haben... Die Motte, die Motte hätte ich jetzt mal speichern sollen gerade eben. Jetzt muss ich doch wieder zurücklaufen. Aber ich mach das mal eben. Auch wenn es volle Kanne nervig ist, was ich hier mach. Ach, ich weiß. Hinher, hinher. Ja, voll sinnlos. Hätte ich gerade eben machen können. Habe ich aber nicht. Mache ich jetzt schnell. So, da bin ich auch schon... So, weil ich... Ne? Ja. Machst du das mal eben. Hier, komm. Das Ding ist aber, er ist doch auch rausgegangen. Ich mein, er ist doch rausgegangen. Wenn er rausgegangen ist... Ich weiß nicht, wie wir dann nach da hinkommen. Das ist das Problem. Ich hab keine Ahnung. Da war doch nichts im Keller, oder? Hey, ich hasse das. Ja, das ist das Problem, wenn ich dann immer... Ich hab ja nicht gerade eben zuletzt gespielt. Und dann erinnere ich mich jetzt gerade schon wieder nicht an die Information. Ich weiß, dass das halt unser Ziel war. Mehr aber auch nicht. Ich weiß nur gerade nicht, wie es nochmal dahin kommt. Merkt ihr ja schon. Wenn ich jetzt hier voll umsonst in den Keller laufe, ne? Dann bin ich echt... Dann bin ich schon selbst ein bisschen frustriert. Ähm... Da der Fahrstuhl nicht geht. Dann die Treppe. Ja, komm, lass mal... Ach, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Wieso geht denn das nicht? Und der Aufzug geht auch nicht. Dann bin ich ja... Dann bin ich ja falsch hier. Dann, äh... Geh ich raus. Dann weiß ich das ja wenigstens ein bisschen schneller. Ach, ich hasse das, wenn hier auf den Gang irgendwelche Sachen im Weg stehen. Und man da immer so blöd gegenrennt. Das sieht auch so Panne immer aus, wenn der Harry dann immer so dagegen läuft. So, äh... Ich geh mal in die Schule. Ich geh ins Krankenhaus. So. Ja, dann... Dann nicht, ne? Dann nicht. Vielleicht war das auch einfach nur dazu da, damit man nach der Motte speichern kann oder so. Kann ja auch sein. Gut. Dann nicht. Dann suchen wir jetzt den Weg. Zurück. Zurück, zurück, zurück. Wo ging's denn da für lang? Ich bin der Harry. Und möchte in die Kanalisation. Da wird's überall wieder langlaufen können. Ja, ne? Möchte er jetzt wohin nochmal, bitte? Hier kommen jetzt auch wieder die Viecher. Das ist ja auch das Problem. Wenn ich jetzt hier so kreuz und quer durch die Gegend... Ja, da fängt's schon an. Ja, ja, ja. Da kommt der Hundi. Lass mich. Ich will nur mal wissen, wo es hier lang geht. Denn damals war die Straße gesperrt. Wie ist die das denn immer noch? Ja, oder nee, oder wie? Hä? Wo bin ich denn jetzt lang gelaufen? Hier wollte ich gar nicht lang. Hä? Kapier ich gerade nicht. Oder ich muss halt ganz zurück. Dann bin ich natürlich richtig hier. Wenn ich einfach nur immer geradeaus laufe jetzt, dann komme ich natürlich wieder zurück. Hm. Lass mich mal nachschauen. Dann sind wir hier wieder auf der anderen Seite. Ich glaube aber nicht, dass wir hier hin sollen. Das wäre falsch. Und bevor ich jetzt stundenlang hier durch die Gegend laufe, mache ich mich gleich schlau. Weil sonst läuft das wie in dem einen Part, wo ich nur kreuz und quer durch die Gegend lief. Äh. Ich halte gerade einfach nicht weiß, wo dieser Weg... Huch. Soll... Was? Ah, das muss das Wasserwerk sein, das Lisa erwähnt hat. Oh, ich bin sogar richtig. Okay. Gut, dann sind wir ja hier richtig. Alles klar. Es ist abgeschlossen. Na, sowas. Hm. Das Schloss ist ausgeleiert. Ich kann es vielleicht mit einem kräftigen Schlag aufbrechen. Ja, das machen wir mal. Jawohl. Mein Controller hat sogar richtig mit vibriert. Kannst du da jetzt reingehen, ne? Nicht, dass ich mich hier darauf freue oder so. Ballkanalisation, Silent Hill. Wer will das schon? Ich nicht. Aber ich muss ja. Sonst wisst ihr nicht, wie es weitergeht. Ich glaube, das wird einer der schlimmsten Teile hier für mich, in die Kanalisation gehen zu müssen. Ich will es wirklich nicht. Ich möchte gar nicht abbammeln. Dürfen wir auch noch vorspeichern? Oder wie ist das jetzt hier? Wir haben null Muni. Wir haben null Heilung. Wir haben gar nichts mehr. Man findet auch nirgendwo mehr was. Das einzige war an dieser beknackten, äh, Polizeistation. Aber das war es auch schon. Seitdem haben wir eigentlich nichts mehr gefunden, soweit ich weiß. Ja, dann geht er mal durch. Super. Dann laufe ich hier einfach nur durch, ne? Weiß nicht, was ich sonst machen soll. Habe ich mich erschrocken. Nein! Auch sind das für Viecher. Stirb! 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 Okay. So, mir geht's, glaube ich, richtig blöd. Ich weiß nicht, was mich hier... Oh Gott. Oh mein Gott. Und wir haben nur noch drei von diesen Dingern. fragt mich nicht, wie wir das überleben sollen. Ich habe keine Ahnung, wie wir das überleben sollen. Echt nicht. Und ich finde meinen Mega-Hammer gerade ein bisschen, ähm, unhandlich. Also, das ist mega scheiße hier. Und ich habe keine Karte. Ich finde das überhaupt nicht toll. Abgeschlossen. Ja. Geil. Echt geil. Findet man hier noch eine Karte? Habe ich die irgendwie übersehen? Ich schaue mich lieber nochmal um. Ich bin ja nur hier gerade ausgelaufen. War das hier irgendwie und ich habe es übersehen? Boah, mein Controller vibriert die ganze Zeit, weil ich orange bin und es ihm halt nicht gut geht. Echt scheiße. Schrecklich, oder? Es ist einfach nur schrecklich für mich hier. Bin leicht angespannt und... Ich finde es echt kacke. Nein? Nirgendwo eine Karte. Okay. Nee, man soll es so schaffen. Frag mich nicht, wie. Echt. Ich finde es... Keine Ahnung. Ich werde bestimmt zwischendurch sterben und man konnte nicht mehr speichern vorher. Pff. Puh. Okay. Nee, ist klar. Ja. Mach's fertig. Mach's fertig. Mach's fertig, mach's fertig, mach's fertig. Scheiße. Ey, wie soll ich das denn schaffen? Ich hab doch nichts mehr. Ich hab keine Muni. Ich hab kaum Heilung. Ich hab keine Ahnung, wie ich hier jemals wieder weitermachen kann. Bis gleich in der Kanalisation wieder. Bis gleich. Warum auch immer darf man, wenn man hier stirbt, ab hier beginnen. Also beginnen wir ab hier nochmal. Und ich behalte mal meinen Hammer in der Hand. Ich schätze mal, die Monster kommen jetzt auch nochmal alle von vorne. Kommt ihr bitte mal, weil nacheinander ist es wenigstens etwas netter. Ja, komm. Ach, Leute. Ey, ich hasse das. Mann. Man muss es immer so im richtigen Augenblick machen, sonst wird das nix. Und so geht er mir doch gleich wieder drauf. Wo ist das Vieh? Wie geht's mir, wie geht's mir? Geht noch. Hey. Was soll ich denn machen? Bist du jetzt tot? Oder nicht? Oh Gott. Ich weiß nicht, wie ich es überleben soll. Keine Ahnung. Wer war ganz gut? Stirb. Wenn die sich so bewegen, dann weiß ich immer nicht, ob sie tot sind. Und wenn zwei kommen, ist schlimm. Das ist kacke. Ich bleib einfach mal hier auf der Seite. Oh, da ist sogar was. Hey, da liegt irgendwas. Was ist das? Oh, Gewehrpatron. Sehr gut. Das wird aber auch echt mal Zeit, dass wir mal langsam was finden. Dafür, dass wir hier unten in der Hölle sind. Ich weiß nur nicht, wo ich hier lang soll. Kann ich hier irgendwie rüber? War ich hier schon? Blick hier nicht mehr durch. Oh, hier ist eine Tür. Okay. Hier war ich noch nicht. Okay. Toll. Voll das Labyrinth. Oh. Eine Karte der Kanalisation. Zugang zum Erholungsbereich. Was? Ja, okay. Wir nehmen die Karte. Ich bin super mega froh. Ähm, wenn wir jetzt sterben, dann muss ich wenigstens nicht immer alles nochmal machen. Und irgendwie, irgendwie werde ich dann schon durchkommen müssen. Und wenn ich halt dreimal sterbe. Aber irgendwie schaffe ich es dann schon. Wir sehen uns im nächsten Part. In der Kanalisation. Warum steht hier eigentlich ein Schreibtisch? Mit so einem Schrank und so an der Wand befestigt. So am besten noch ein Bett hier so unten. Tropfend und lecker. Naja, bis zum nächsten Mal dann. Ciao.